Die Creative Commons Lizenzen, auch CC-Lizenzen genannt, begegnen einem in freier Wildbahn in unterschiedlichen Darstellungsformen. Es gibt grafische Darstellungen, es gibt Abkürzungen, es gibt ausgeschriebene Texte oder sogar Kombinationen davon. Wir entschlüsseln in diesem OER-Erklärt-Video den geheimnisvollen Aufbau der CC-Lizenzen. Wir haben da mal was vorbereitet, nämlich einen vergrößerten Nachbau von so einem Lizenzkürzel. Man liest es von links nach rechts, also CC-BiasA30DE. CC kann man auch CC aussprechen, das kann man machen, wie man mag. Und die vier Bausteine gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. Das erste ist schon ein ganz wichtiger Baustein, nämlich CC steht für Creative Commons. Es gibt draußen in der Welt hunderte und tausende verschiedene Lizenzen. Das hier sind die von Creative Commons, deswegen steht das an erster Stelle. An zweiter Stelle, welche Auflagen macht diese konkrete Lizenz? Creative Commons hat sechs verschiedene Lizenzen, die unterscheiden sich in den Auflagen. Das ist das, was an zweiter Stelle über diese Abkürzung zu erkennen ist. Drittens, die Versionsangabe. In dem Fall die 3.0, es gibt auch schon eine 4.0, aber diese Lizenzversion updaten sich nicht automatisch oder alte werden ungültig oder ähnliches. Das heißt, auch eine 2.0 ist heute noch eine 2.0, deswegen ist diese Angabe. Wichtig. Und der letzte Punkt, das ist eine Angabe, die es tatsächlich als einziges nicht immer gibt. Das ist die Frage, ist es eine portierte oder eine generische Fassung? Das kommt daher, dass die Lizenzen erstmal für den internationalen Raum entwickelt wurden. Das sind die sogenannten generischen Fassungen. Dann steht da hinten nichts. Und dann gibt es für bestimmte Sprachräume oder Rechtsräume angepasste Fassungen. Das sind die sogenannten portierten Fassungen. In dem Fall ist es hier bei diesem Beispiel eine für Deutschland DE angepasste Fassung. Das sind die vier Bausteine, aus denen so ein typisches Lizenzkürzel besteht. Zum Abschluss haben wir noch vier Tipps für fortgeschrittenes Lizenzentschlüsseln. Tipp 1. Man darf sich nicht davon irritieren lassen, dass englische und deutsche Begriffe in den CC-Lizenzen wild durcheinandergewürfelt werden. Zweitens. Man darf sich auch nicht davon irritieren lassen, dass Abkürzungen und ausgeschriebene Fassungen oft miteinander kombiniert werden. Es gibt zum Beispiel solche Lizenzbezeichnungen wie Creative Commons bei SA 3.0 Deutschland. Nicht unüblich. Drittens. Die Piktogramme sind eine häufige Darstellung von Creative Commons Lizenzen. Da kann man sehen, um welche Lizenz es genau geht, aber nicht die Version, geschweige denn die portierte Fassung. Das macht nichts, denn zu jedem Piktogramm gibt es immer auch einen Link. Und der Link zeigt zu einer konkreten Lizenz inklusive Version und gegebenenfalls Portierung. Schließlich und letztens. Manchmal geht das alles auch etwas durcheinander mit den vier Bausteinen und sie stehen in einer anderen Reihenfolge. Oder der Bindestrich ist nicht nur bei den Auflagen, sondern auch woanders dazwischen. Das alles beeinträchtigt aber die Funktionsweise von den Lizenzen nicht. Das war unsere Anleitung zum Lizenzentschlüsseln. Wie immer ist in den Kommentaren viel Platz für Rückmeldungen und für Fragen. Ich bedanke mich bis hierhin. Tschüss. Ich bedanke mich bis hierhin. Untertitelung des ZDF, 2020